Hier. Mist. Anforderung, Anforderung, wow. Davon dürfte ja theoretisch nicht so viel verbrauchen. Oder? Ja. So, Kohle haben wir drin, Steine haben wir drin. So, Passive Anforderung. So. 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 So, dass hier hinten alles anspringen. Was braucht man für Goddard Module noch? Nein, Gott, wohl zwei. Äh, die grünen. Das heißt, das Ding brauchen wir hier gar nicht mehr. So. 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 Das läuft jetzt alles. Batterien, Lithium Perchlorat. Wie sah das aus? So eine weiße Kugel. Lithium Chlorid. Lithium Chlorid und Wasser. Lithium Chlorid haben wir doch schon. Oder täusche ich mich da jetzt gerade? Das war auch das Zeug hier, ne? Ja, das haben wir. Das war irgendeine Elektrolyse jetzt. Ja klar, dass wir dafür auch eine Elektrolyse brauchen. Jo, okay. Sponsorst du mir noch mal so ein... Dafür brauchen wir jetzt das orange Zeug, was ich gerade weggebracht habe. So, drei, vier. Wir hatten doch hier gerade so einen schönen Tank abgebaut, ne? Genau, so ein Elektrolyse. Lieber unterirdisch. Bevor ich noch ganz wahnsinnig werde. So, unterirdischer Tank hat ganz viel Fassungsvermögen. Rote Kiste, rote Kiste. Hallo? Oh, jetzt noch Autosafe. Ich will doch nur so ein Ding haben. 2,1. Oh. So, das da ran. Achso. Wir brauchen auch noch so was Blaues. Darf und Hunger zum Glück. Ausreichend. Ja. Wir brauchen noch ein Wasser-Wundermacher-Mann-Gerät. Lithium-Perchlorat. Das geht jetzt hier rüber. Und wir kriegen Lithium-Ionen-Batterien. Aber die Batterien gehen auch noch irgendwo hin. Nur wo? Ach, da habe ich auch schon so eine blaue Trankfabrik in mir gesetzt. Sehr schön. Kann mir jetzt noch einer sagen, wo wir unser Forschungsverbot hatten? War die Jungen auch da oben? Mittendrin? So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 5. 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 6. Sobald ihr jetzt durch seid, 180, 37,5. Das ist ein kleiner Unterschied. Aber das heißt, wir könnten jetzt theoretisch Umweltreinigungsmodule Drei herstellen. Oh. Dafür braucht ihr S2-Module. Und ich will dich aber nicht mehr anfordern. So wollte ich das machen. Umweltreinigungs-Logik-Platin Die brauchen wir jetzt auch schon. So. Dann kriegen wir jetzt S2-Module. Fertig. Nein. Nein. Bitte nicht. Wir brauchten Irgendwas mit Logistik. Das hier. Dafür brauchten wir Fortgeschrittene Elektrotechnik. Kupferkeil. Prozessoren. Mehrschichtige Platinen. Prozessorschaltung. Ich ahne Böses. Ich ahne noch Böseres. Ich ahne noch Böseres. Greenhouse. Greenhouse. Labor. Ich vermute mal, da brauchen wir jetzt die MK2 Labore führen. Ich weine noch Bösse. Ich weine noch Bösse. Ich weine noch Bösse. Ich weine noch Bösse. Wir brauchen Bösse. Genau, vor deiner Geschichte passen mehr Module rein. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Powerpawler. 1, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Und dann hatte ich eigentlich auch gesagt, dass wir demnächst mal anfangen müssen den ein oder anderen Kampf zu führen. Das ging schnell. Immer noch das hier, jetzt brauchen wir nicht Nullverarbeitung, dafür brauchen wir Nickelverarbeitung. Oh. Rasen wir mal da schnell durch. Das heißt, jetzt können wir das mit Nullverarbeitung. Wir haben hier noch. Jetzt können wir das mit Nullverarbeitung. 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 Jetzt können wir das mit Nullverarbeitung.